Weltweit sind Millionen Menschen auf der Flucht. Auf der Flucht vor Verfolgung und Unterdrückung, vor Krieg und Gewalt, vor Umweltzerstörung und vor Hunger und Elend. Die Europäische Union beansprucht für sich den Einsatz für Menschenrechte. Gleichwohl sterben Jahr für Jahr unzählige Menschen auf der Flucht nach Europa oder harren unter widrigsten Bedingungen in den Lagern an den europäischen Außengrenzen aus. Was muss die EU tun, um Menschen auf der Flucht zu schützen, Fluchtursachen zu bekämpfen und Menschenrechte zu wahren?